... in den Kinokassen gemacht hat, weil er ihn so fantastisch findet. Und jetzt auch, bei diesem Deadpool- und Wolverine-Film, das Drehbuch mit geschrieben hat, produziert das Ganze. Woh! Brian Reynolds! Sean Levy! Hey! Hey! Brian, bau, bau, bau! Brian, bau! Mit Fahrrädern sind die drei. ... in der supporter finish. Und wir haben jetzt jemanden hier im Auto. ...durcheinanderbringen. Und wir freuen uns sehr. Hier ist... ... Emma Coleman! Sie sind extrem souverän, sie hat schon an vielen Filmen viel Spaß, jetzt werden einzelner Fotos gemacht und tolle Gang, alle zusammen haben viel Spaß. Guck mal hier die Wolverine Leute, oder? Er ist einfach top und auch diesmal, diesmal hat er angefangen extrem hart zu trainieren, weil er gesagt hat, was für eine unfassbare Atmosphäre! So, ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, du willst auch was haben? Guck mal, ich überlege gerade welche Größe das ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, da oben ist die Politiker. Gut, ihr auch noch die Figuren, dann noch ein paar Figuren. Trotzdem die Fußball-Europameisterschaft gekockt, da gab es ja ein Spiel. Für dich? Danke! Was möchtet ihr haben? Sorry Mark! Oh mein Gott! Gut! Fußball-Liebe heißt das ganze Football-Land. Ob ihr ihr vielleicht Angst zu schoßt? Das ganze Hinten soll, ich hab jetzt schon lange spät, ich bin jetzt nochmal zurück. Please Roy, I love you! So Foto-Land! Und zu guter Letzt die Tausend! Wunderbar! Eventuell so! Wir haben ja noch eine T-Shirt-Kanone! Noch eine T-Shirt-Kanone! Eine Frage für die Bühne! So, ich wurde wieder zurück geworden. Nicht, dass ihr denkt, der Gethin weiß nicht wohin er will. Und ich warte jetzt, an der Fotobahn wurde mir aufgetragen auf den guten Sean. Und mit dem werde ich ein klein bisschen plaudern. Ich habe auch den Beweis gestellt, übrigens nachts im Museum, die drei Filme. Und du kamst zu mir und sagst, du bist schuldig! Heute, hier auf dem Uberplatz, auch nicht das Einfachste. Es ist ein bisschen schwierig, euch das alles zu geben. Okay? Hallo! Gut zu sehen! Wie war es denn? Wie haben ihr für ein paar Tage in Berlin gekriegt? Mit den Fans und für alle in Berlin zu sehen? Der Antagonist in der Poole Brewery ist wirklich beeindruckend. Enjoy! Noch nicht das Einfachste. Steven! Alle Autogramme werden geschrieben. Hier ist nochmal... Ein paar schöne Bilder hier auch. Sag mal, ist das dein Mann? Ich dachte, das war eine gute Idee. Wer ist es? Ja! 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 Okay, warte mal. Komm her. Längst von tief. Ja! 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 Bein Geisterkeits Das ist die Polizei! Genau so soll das sein. Genau so. Okay, ready? Ready? Thank you Randy, thank you Emma, thank you Sean, Ryan and Hugh. Thank you Ryan, hold strong. Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull. Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull, Dead Bull. You look great! Alright, alright. That's it, yeah. Yeah! That's it? No, 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 no. Yeah! Top! Bulldog Marine begrüßen! Genau so soll das sein! Seid ihr ready? Sehr gut, haben wir! Sehr schön! Ein bisschen frontal! Ich hab keine andere Fortschritte! Ich hab keine andere Fortschritte! Superschön! Dankeschön! Machen wir Leute! Raum in der Bar! Tour und Lehre! Na, kommen wir nach rechts! Nummer nach rechts! Wir sind schabend, ich muss sagen! Und wir haben vier... Ich würde euch hier erstmal... Wie heißt ihr? Guck mal, hier ist das für dich! Nein, ich bin gelb! Ja, das waren wir jetzt! Ja, okay! Hast du ehrlich geantwortet, finde ich auch total gut! Ja, das ist mein Klavier! Boah! So, also! Wir haben T-Shirt!